Heute werden wir mal nicht grillen, denn wir schauen uns ein neues Produkt an, einen Gasgrill, und zwar den GG3 Gasgrill von Barbecue Toro. Den hat sich ein Kollege gekauft, hat mir den zur Verfügung gestellt für dieses Vorstellungsvideo. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wenn ihr sehen möchtet, was das für ein Grill ist und was der alles kann, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann stehen wir hier auch schon hinter diesem monströsen Karton. So wird er per Spedition zu euch geliefert, sofern ihr euch den kaufen solltet. Das heißt, wenn er kommt, sollte jemand zu Hause sein, weil die Spedition, die wird vorher anrufen, etc. pp. Ich denke mal, jeder weiß, wovon ich rede. Aber jetzt schauen wir rein. Aufgeschnitten hatte ich den Karton schon. Dann machen wir erstmal hier schön alles auf. So, dann kommt uns als erstes entgegen das ganze Schraubengedöns plus Anleitung. Ja, und alles andere, aber das werde ich jetzt erstmal aus dem Karton rausholen. Dann habe ich alles aus dem Karton rausgeholt. Oben drauf liegt der Warmhalterrost, Druckminderer mit Anschlussschlauch, die Flavor-Bars. Davor ist noch ein Karton mit Zubehör. Links steht die Bodenplatte, Seitenteile und dann haben wir auch noch einen Heckbrenner und die Gussroste. Aber ich werde den Grill jetzt erstmal in Ruhe aufbauen. Werde das Ganze natürlich nur so ein bisschen im Zeitraffer filmen, weil es gibt, glaube ich, nichts langweiligeres, als einem beim Grillaufbau zuzugucken. Sollten irgendwelche kniffligen Ecken kommen beim Aufbau, hole ich euch natürlich dazu. Was mir am Anfang dann gleich positiv auffällt, ist, wir haben hier so einen Blister, da sind unsere ganzen Schrauben drinne. Die sind durchbuchstabiert, das heißt, hier steht ABCDEFG, HIJK und so weiter und so fort drauf. Und wenn wir uns dann hier in die Anleitung schauen, sehen wir dann auch hier sind die Schrauben mit ABC, das heißt gekennzeichnet. Das heißt, man kann beim Aufbau gar nicht die falschen Schrauben nehmen und muss auch gar nicht lange suchen. Gestartet wird mit den Rollen, da haben wir hier vier Stück, das sind so Vollgummirollen, alle vier sind feststellbar und auch lenkbar. Das heißt, wenn wir die anbauen, müssen wir nicht darauf achten, welche nach vorne und nach hinten kommen. Den Unterbau hätten wir dann soweit fertig, hat jetzt gut eine Viertelstunde gedauert, ging richtig gut. Das Einzige, wo man darauf achten muss, wenn man hier oben die Haltebleche anschraubt für den Grillkörper, sag ich mal, unser Garraum, die müssen mit hier zwischen die Strebe geschraubt werden. Das hatte ich übersehen, das war das Einzige, wo ich nochmal sagen musste, ich muss jetzt nochmal rückwärts bauen. Aber sonst ging das bis jetzt alles super. Das war's. Musik Musik Dann haben wir es geschafft. Gute zwei Stunden hat es jetzt gedauert, mit zwei Mann diesen Grill hier aufzubauen. Es gab so ein paar kleine frickelige Ecken, wie zum Beispiel die Verlegung hier unserer Gasleitung und von unserer elektronischen Zündung. Ist aber nicht der Rede wert. Und es ist natürlich auch viel demontiert gewesen hier bei dem Grill. Die ganzen Seitenteile, jedes Blech hinten vorne, deswegen zwei Stunden, sollte man auf jeden Fall für den Aufbau einkalkulieren. So, und jetzt gehen wir aber ins Detail. Da fangen wir hier an mit der ersten Seitenablage. Die sind starr, die kann man nicht einklappen, nichts. Die sind aus Edelstahl. Hier an der Seite haben wir dann noch Haken, um Grillbesteck hinzuhängen. Auf der anderen Seite haben wir quasi dasselbe, nur mit dem Unterschied. Hier haben wir einmal eine Kochstelle drin, wo wir Soßen, sonst was drauf machen können. Auch hier sind Haken, um das ganze Werkzeug, was man benötigt, aufzuhängen. Wenn wir dann hier den Deckel zumachen, dann können wir natürlich auch hier noch andere Sachen draufstellen und haben dann eine vollwertige Ablage. Dann kommen wir zum Unterteil, dem Grillwagen. Dieser hier besteht aus lackiertem Stahlblech. Da ist dann auch die Durchführung für unseren Gasanschlussschlauch. Hier im vorderen Bereich haben wir dann unsere Türen. Diese sind beide aus Edelstahl. Hier unten haben wir dann die Öffnung für unsere Gasflasche. Allerdings passt hier nur eine 5-Kilo-Flasche rein. Eine 11-Kilo-Flasche muss dann außen betrieben werden. Dann kommen wir zum Deckel. Da haben wir einmal hier unser Thermometer, Schriftzug. Auch dieser ist aus Edelstahl. Dann hier im vorderen Bereich haben wir unser Bedienelement. Der Grill verfügt über 1, 2, 3, 4 Brenner. Dann haben wir einmal Seitenkochfeld und einmal Backburner. Hier haben wir unsere elektronische Zündung. Bei den Knöpfen, wenn wir den Grill mal einschalten sollten, diese sind so gekennzeichnet. Ist der Grill an, sind die beleuchtet. Dann haben wir das Kapitel außen durch. Von der Haptik her fasst er sich wirklich super an. Wir haben nirgendwo scharfe Kanten. Alles ist sehr passgenau. Auch hier außen unsere Ablagetische, die sind sehr stabil. Also da kann man eigentlich drauf tanzen. Es wackelt und labbert nichts. Und jetzt machen wir innen weiter. Hier kommen wir nochmal kurz zu unserem Deckel. Wie man sehen kann, der ist doppelwandig. Sollte somit die Temperatur recht gut halten können. Hier unten haben wir einmal unseren Heckbrenner. Dieser ist aus Keramik. Ganz hier unten haben wir unsere vier Hauptbrenner. Diese sind aus Edelstahl. Das Brennergehäuse hier unten, das ist aus Stahlblech. Aber wie man hier gucken kann, das Ganze ist doppelwandig. Dann nochmal eine Nummer tiefer haben wir einmal unser Fettauffangblech. Das heißt, alles was jetzt hier von oben runter tropft, sammelt sich hier links rechts auf diesen Ablaufblechen. Läuft dann mittig hier auf das große Blech. Und dann unten in den Fettauffang. Den sehen wir, wenn wir hier vorne die Türe aufmachen. Hier ist er dann. Den können wir dann einfach so hier rausnehmen. Und sollte der voll sein, dann entleeren. Und sollten wir mal an das große Fettauffangblech müssen, um es zu reinigen. Da brauchen wir einfach nur hier von hinten reinpacken. Dann können wir das so hier rausziehen und reinigen. Dann kommen wir nochmal auf unsere Brenner zu sprechen. An Gesamtleistung hat der Grill 21 kW. Das teilt sich wie folgt auf. Wir haben hier am Seitenkocher 3,5 kW. Dasselbe haben wir hinten am Keramikbrenner. Und jeder einzelne Brenner hat auch 3,5 kW. Im nächsten Schritt bauen wir dann unser Innenleben wieder zusammen. Dann habe ich hier schon mal die Flavor Bar oder eine von den Flavor Bars in der Hand. Wenn ich mir das hier so angucke und anpacke, die sind wirklich schwer und recht massiv. Das heißt, da ist richtig Material dran. Demnach gehe ich mal davon aus, werden die auch lange halten. Weil das ist immer das, was bei so einem Grasgrill zuerst kaputt rostet, kaputt geht oder was auch immer. Und auch diese sind aus Edelstahl. Und die brauchen wir uns einfach nur hier so einsetzen. Da haben wir hier so Pinüppels. Da setzen wir die zwischen. Dann haben wir hier links, rechts nochmal so eine Abschirmung. Wo die Hitze dann wirklich sich hier mittig auf den Brenner zentriert und nicht an der Seite so vorbeibläst. Die Gussroste, die dabei sind, die habe ich dann schon mal eingesetzt. Das ist emalierter Guss. So steht es zumindest in der Bedienungsanleitung. Die haben hier auf der einen Seite einmal so eine Spitze, wo man dem Fleisch ein schönes Buending verpassen kann. Und die andere Seite kann man dann auch noch nutzen, wenn man fettigere Sachen grillt. Da haben wir dann hier so eine Rinne drin, wo das Fett hier weglaufen kann. Das läuft dann hier runter, tropft gezielt unten auf unsere Ablaufbleche und somit dann auch dahin, wo das Fett hin soll. Und zum Schluss haben wir dann sogar noch hier so einen Ablagerrost. Da haben wir hier zwei so Nasen. Die müssen wir hier oben hinters Blech schieben. Und dann liegt der einfach nur hier oben drauf. Und somit haben wir den Grill dann einmal komplett gesehen. Und bevor wir jetzt durchstarten, werden wir noch einmal schnell unsere Grillflächen vermessen. Da haben wir hier bei dem Hauptrost einmal 45 Zentimeter in der Tiefe. Die Breite beträgt dann 65. Hier oben haben wir dann einmal 16,5 zu 67,5. Ich denke mal von der Grillfläche her, das kann sich auch sehen lassen. Dann haben wir uns den Grill angeschaut. Zahlen, Daten, Fakten. Ihr wisst, worum es sich handelt. So vom ersten Eindruck her macht er sich wirklich super. Jetzt habe ich hier Edelstahlreiniger und einen Lappen. Ich werde jetzt einmal komplett das Edelstahl von Hand reinigen. Denn wir haben hier mit unseren Fettfingern drauf rumgetatscht, sage ich mal. Und haben da Tapsen hinterlassen. Und würden wir dann zur ersten Inbetriebnahme, sage ich mal, übergehen, alles frei brennen, würden wir diese Fetttapsen auf das Edelstahl einbrennen. Und das sieht dann halt nicht mehr so schön aus. Deswegen, ganz wichtig, bevor wir den starten, einmal richtig schön reinigen, fettfrei machen, dass da keine hässlichen Ecken bzw. Flecken dann zustande kommen. Mittlerweile haben wir es dann einen Tag später. Und wir können jetzt die erste Inbetriebnahme von dem Gasgrill machen. Denn gestern wurde es zu schnell dunkel. Dann wollte ich das nicht mehr filmen. Das wäre dann zu bescheiden geworden. Aber dafür können wir das jetzt ausführlich machen. Dazu müsst ihr euch natürlich erstmal hier eine Gasflasche holen. Habt ihr wie ich jetzt eine 11-Kilo-Gasflasche, muss diese draußen stehen. Eine 5-Kilo-Gasflasche könnt ihr innen anschließen. Dann nehmen wir hier unseren Anschlussschlauch mit Druckminderer. Da drauf achten, dass es einmal links gewinne. Und dann hier beim Anziehen. Ich habe schon viele gesehen, die nehmen eine Rohrzange, knallen das an wie die Verrückten. Braucht er gar nicht. Das reicht eigentlich hier, wenn das so handfest angezogen wird. Denn hier an dem Ventil ist eine Gummidichtung und die dichtet das Ganze ab. Und wenn ihr das zu feste anknallt, würdet ihr die beschädigen. Dann im nächsten Schritt drehen wir unsere Gasflasche auf. Da reicht wirklich so 1, 2 Umdrehungen. Ihr braucht die ganze Flasche gar nicht volle Pulle aufdrehen. Wenn ich auch das manchmal in irgendwelchen Foren lese, drehe die Gasflasche volle Pulle auf. Dann hat das Ding auch richtig Leistung. Kann gar nicht sein. Denn hier haben wir einen Druckminderer von 50 Millibar. Um mehr wie 50 Millibar kommt an dem Grill gar nicht an. Das heißt, die Flasche könnt ihr Kopf abschlagen und einen Schlauch dran halten. Da kommt trotzdem nicht mehr in den Grill rein. Wenn wir das dann haben, nehmen wir als nächstes hier so eine Sprühflasche mit Schaumreiniger drinne oder Spüli oder was auch immer. Und dann gehen wir erstmal hier an alle Übergänge, sprühen die richtig schön ein und gucken, ist das Gerät überhaupt dicht. Das heißt, alle Übergänge von unseren Gasschläuchen, Leitungen, sprühen wir erstmal ein und gucken, ist der überhaupt dicht. Weil wenn er das nicht ist, kann es passieren, dass da nachher irgendwas explodiert, anfängt zu brennen und das wollen wir nicht. Deswegen ist es wie gesagt wichtig, so ein bisschen Schaumreiniger nehmen, einsprühen und sollten dann hier irgendwo Blasen auftauchen, seht ihr, ah, da ist was undicht. Dann müsst ihr die Verbindung nochmal lösen und nochmal nachziehen und dann probiert er das nochmal. Und das aber an allen Verbindungen machen, die der Grill hat. Ob das jetzt diese hier ist, da wo der Schlauch hinführt oder wir gucken jetzt mal innen rein. Und hier drin haben wir dann zum Beispiel so eine hier oder ob hier alles dicht ist. Auf jeden Fall, das machen wir jetzt erstmal. Dann hätten wir alle Übergänge überprüft. In meinem Fall ist jetzt hier alles dicht und jetzt können wir den Grill dann das erste Mal starten. Dazu mache ich hier den Deckel auf. Denn so einen Gasgrill, den sollte man immer bei einem geöffneten Deckel starten. Denn das Problem kann sein, dass irgendeiner von den vier Brennern nicht sofort startet. Das heißt, Gas strömt als weiter rein, weiter rein und irgendwann zündet er dann. Dann kann es eine Verpuffung geben und das wollen wir nicht. So haben wir den Deckel offen. Gas, was jetzt unnötig irgendwo hinströmt, kann gleich raus in die Atmosphäre, sage ich mal. Und uns passiert nichts. So, und wenn wir den dann jetzt zum ersten Mal starten, nehmen wir erstmal alles raus, was an Zubehörteilen drin ist. Sprich die Flavorbars plus die Roste. Denn wir müssen uns natürlich erstmal beim Starten angucken, wie sind unsere Brenner, verbrennen die richtig, haben die ein richtig schönes Flammenbild. Weil wenn das nicht der Fall ist, müsste man da vielleicht nochmal irgendwo nachjustieren. Dazu werde ich aber jetzt einen Brenner hier starten. Und ihr seht, der ist sofort da. Dann nehmen wir den anderen auch noch. Auch der ist da. Dann haben wir hier hinten den. Der ist auch schon gleich da. Und der startet dann auch. So, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Von hier sieht man es. Das Flammenbild ist somit in Ordnung. Ich weiß nicht, wenn ich mich hier so drüber lehne, ob man das gescheit sieht irgendwie. Glaube ich eher nicht. Vielleicht den Deckel ein bisschen runter machen so. Auf jeden Fall, das Brennerbild ist in Ordnung. Dann stellen wir den erstmal schnell wieder ab. Dann können wir dann unsere Flavorbars wieder einsetzen. Dann habe ich alles wieder reingeräumt. Nur hier oben unser Ablagerrost rausgenommen. Jetzt gucken wir, ob unser Backburner startet. Dazu machen wir den an. Dann drücken wir unsere Taste. Wumm. Wir hoffen, man kann es sehen. Er ist da. Oh. Also auch der ist sofort da gewesen. Ich weiß nicht, ob man es auf Fauchen hört oder einigermaßen sieht. Der müsste dann gleich irgendwann feuerrot werden. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Jetzt gucken wir nochmal auf die Seitenkochstelle. So, auch den testen wir einmal kurz. Und ihr habt gesehen, zack. Er ist da. Groß-Kleinstellen funktioniert auch. Dann wieder aus damit. Dann hätten wir auch unsere erste Inbetriebnahme soweit abgeschlossen. Alles funktioniert. Alles ist dicht. Was am wichtigsten ist. Jetzt können wir das ganze Gerät dann einmal ausbrennen. Das heißt, die ganzen Produktionsrückstände wie Öle und Fette, was noch so dran hängt, einmal wegbrennen. Dazu werden wir erstmal alle Brenner starten hier. Ja, und jetzt werden wir dann den Deckel schließen. Und den Grill lassen wir dann jetzt gute 45 Minuten bis zu einer Stunde auf Vollgas laufen. Alles, was er hat, einfach nur richtig frei brennen lassen. Ihr merkt das auch, wenn es irgendwann nicht mehr so unangenehm riecht, beziehungsweise wenn er nicht mehr qualmt, dann ist er fertig. Die Zeit ist dann auch rum. Mittlerweile qualmt und stinkt ja auch nichts mehr. Hinten unser Backburner, der ist auch schön rot geworden. Das heißt, er funktioniert tadellos. Jetzt machen wir den erstmal aus. Dann natürlich auch die restlichen Brenner. Und dann hätten wir unseren Grill eigentlich soweit, dass er fast einsatzbereit ist. Jetzt müssten wir uns nur noch um unsere Roste kümmern. Das heißt, die müssen wir jetzt abkühlen lassen, weil die sind jetzt knaller heiß. Kann man so nicht rausnehmen und anpacken. Also ich möchte es zumindest nicht machen. Und wenn die dann abgekühlt sind, nehmen wir uns ein bisschen Rapsöl, Sonnenblumenöl, schmieren die richtig großflächig von beiden Seiten ein. Dann setzen wir die Roste wieder ein, stellen den Grill wieder an auf volle Pulle. Und dann lassen wir die so lange einbrennen, bis es halt nicht mehr qualmt. Dann haben wir oben drauf schon mal so eine leichte Schutzpatina. Die bildet sich generell sowieso beim Grillen. Das heißt, je öfter ihr den nutzt, desto mehr Patina bildet sich. Und wenn ihr dann irgendwann mal fertig seid mit dem Grill, heizt ihr den noch einmal richtig auf, bürstet eure Roste ab und dann seid ihr fertig. Aber wie man die genau einbrennt, da ploppt jetzt hier oben ein Video auf. Da könnt ihr euch das angucken, da habe ich das schon mal gezeigt. Aber es ist wie gesagt eigentlich ganz easy. Ihr pinselt die mit Öl ein, macht den Grill an, wartet bis es nicht mehr qualmt. Dann lasst dann wieder abkühlen. Und diese Prozedur, die wiederholt ihr so zwei, drei Mal. Dann habt ihr eigentlich schon mal eine richtig schöne Schutzpatina drauf. So, dann wären wir auch soweit mit dem Grill durch. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Fazit zum Grill, alles in allem ein richtig schöner Grill. Er ist gut verarbeitet. Er hat eine gute Ausstattung mit den Gussrosten. Wir haben vier Brenner, wir haben einen gescheiten Backburner. Wir haben ein Seitenkochfeld, Ablagen, großen Stauraum. Optisch denke ich mal, macht da auch was her durch die beleuchteten Griffe und was er alle hat. Also für mich ein richtig schöner Grill. Zwei Mankos habe ich allerdings trotzdem. Einmal der Aufbau, der ist ein bisschen frickelig. Da muss man ein bisschen Geduld haben, weil er doch recht viel zerlegt ist. Wir haben eigentlich was nur zusammengebaut. Das ist hier unser Oberteil vom Grill, sprich der Garraum. Den Rest muss man komplett selber zusammenbauen. Auch die Leitungsverlegung und alles muss man teilweise selber machen. Das ist so ein Manko, wo man halt Zeit haben muss. Wie gesagt, weil zwei Stunden haben wir ja gebraucht zum Aufbauen. Und man muss da halt ein bisschen Geduld haben. Und dann, was mir schon bei vielen Grills mit so einem Keramik-Backburner aufgefallen ist, hier hinten am Deckel ist ungefähr so viel Luft. Das heißt, zwischen Garraum und Dings, da geht uns dann natürlich so ein bisschen Hitze verloren. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass das bei diesen Keramik-Backburnern so sein muss, weiß ich nicht, weil das habe ich schon bei vielen so gesehen. Das wäre auch noch so ein Manko, wo ich sage, da geht uns halt so ein bisschen Hitze flöten. Aber ich sage mal, bei dem Preis von dem Grill ist das Jammern auf hohem Niveau. Den Preis, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da ist der Link zum Grill. Da könnt ihr bei Barbecue Toro gucken, was der kostet. Weil ich sage hier jetzt bewusst keinen Preis. Das hat einfach nur den Grund, weil das Video ist länger wie ein, zwei, drei Jahre auf meinem Kanal. Und mittlerweile habe ich es schon so oft erlebt. Da kommen dann Leute, wo ein Video drei Jahre alt ist. Ey, das kostet der nicht mehr, der ist teurer geworden oder sonst was. Und hi und hot. Ist natürlich klar, in drei Jahren kann sich so ein Preis ändern. Der kann günstiger werden, der kann aber auch teurer werden. Von daher sage ich jetzt keinen Preis, weil dann kommen nämlich wieder die Experten um die Ecke und sagen, hier, du hast gesagt, der kostet 4,99. Und in Wirklichkeit kostet er dann zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, 650 oder so. Und dann stehen wir wieder dumm da und kriegen wieder so blöde Kommentare, weil ich verstehe manche Leute nicht, wie man nach drei Jahren meinen kann, dass der Preis vielleicht noch stimmt oder ob es das Produkt überhaupt noch gibt. Aber wie gesagt, es steht unten drin, da könnt ihr gerne gucken. Und wenn einer Interesse hat, also Kaufempfehlung von mir für Anfang ist gegeben, sage ich mal, weil ihr habt ja immer geschimpft, du zeigst hier oben nur diese Premium-Grills, toll, toll, toll. Jetzt habe ich mal einen anderen gezeigt, der auch richtig, richtig gut ist von der Ausstattung her, tip top. Und das Schöne ist, den darf ich sogar gleich nochmal benutzen und werde ich noch ein Video mitmachen. Dann werden wir mal gucken, wie der Branding auf Steaks zaubert und sonstiges. Aber das soll es dann hierfür gewesen sein und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist eben so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, dann natürlich einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal? Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf, das klickt er an. Dann auch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.